Millionen Rentner können Stromgeld sparen. Mini-PV-Anlagen können helfen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie werden jetzt wahrscheinlich denken, der Knöppel ist völlig verrückt. Er macht doch eigentlich nur in Rente und jetzt vielleicht doch noch für PV-Anlagen. Nein, wirklich nicht im Ernst. Also ich betreibe hier keine Werbung für PV-Anlagen. Aber was viele Millionen Rentner möglicherweise nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt, auch als Mieter erheblich an Stromkosten zu sparen. Sie wissen ja selber auch, dass die Strompreise ab 2023 wirklich ex-Potenzial nach oben gehen. Lassen Sie doch einfach die Sonne für sich arbeiten und Sie können effektiv möglicherweise richtig viel Geld sogar sparen. Und zwar können Sie ab 2023 ohne Umsatzsteuerpflicht sogenannte PV-Balkonkraftwerke kaufen. 1, 2 PV-Platten mit Wechselrichter und rein den Sonnenstrom in die wohnungseigene Steckdose. Solche Anlagen gibt es im Internet schon für relativ günstige Preise zu kaufen. Ich habe mir das also mal angeguckt. Das ist tatsächlich so. Wenn die Sonne steigt und Sie eine solche Mini-PV-Anlage installiert haben, sparen Sie bares und vor allen Dingen ab 2023 sehr, sehr teures Stromgeld. Da Sie auf den Strom, den Sie selbst erwirtschaften und verbrauchen, seit 2022 keine Einkommenssteuer mehr zahlen müssen, gilt für Anlagen bis 30 kW Peak, und die Umsatzsteuer für den Kauf einer solchen Anlage nicht mehr anfällt, können sich die Kosten des Kaufs für einer solchen Anlage über eine, ich hoffe, relativ geringe Laufzeit schnell amortisieren. Weil Sie im Gegensatz dazu, wenn Sie praktisch Ihren eigenen Strom erzeugen, teuren Strom aus dem Netz, den Sie nicht beziehen, praktisch sparen. Mini-PV-Anlagen werden im Internet schon zum Teil deutlich unter 1.000 Euro als Komplettanlagen angeboten. Aber, was so schön klingt, hat auch einen kleinen Haken. Sie sollten bitte in den Mietvertrag schauen, was Sie dürfen oder nicht. Sie brauchen als Mieter vom Vermieter das Einverständnis zum Aufstellen einer solchen Anlage. Dieser darf aber sein Einverständnis oder seine Genehmigung nicht ohne weiteres versagen. Nicht zu vergessen, auch Mini-PV-Anlagen sind Stromerzeugungsanlagen. Es empfiehlt sich aus meiner Sicht eine fachgerechte Installation und die Meldung in das sogenannte Marktstammregister. Ein richtungsweisendes Urteil des Amtsgerichts Stuttgart aus dem Jahr 2021 mit dem Aktenzeichen 37 Cäsar 2283-20 gab dem Mieter recht. Und dieses Urteil hat in der Solarpraxis große Bedeutung erlangt. Wir reden allein in Nordrhein-Westfalen über ein Potenzial von rund einer Million solcher kleinen Self-PV-Anlagen, die Mieterinnen und Mieter auf ihrem Balkon zum Beispiel aufstellen könnten. Ich empfehle daher allen, die sich mit einer solchen Anlage ausrüsten wollen, genau den Mietvertrag zu studieren, gegebenenfalls vor dem Aufstellen mit dem Vermieter zu sprechen oder zu reden oder aber zum Mieterverein gehen, Verbraucherschutzstellen kontaktieren oder, wenn es nicht anders geht, zum Fachanwalt für Mietrecht gehen. Wichtig ist auch, dass die PV-Anlage, wenn sie denn aufgestellt werden kann, diennormgerecht zertifiziert sein muss. Sie sehen, dass sie mit einer vielleicht doch überschaubaren Investition auch als rentnerbares Geld sparen können und so ihre monatlichen Stromkosten vor allem im Frühjahr bis Herbst deutlich reduzieren können. Also nein, ich bin wirklich nicht verrückt geworden. Ich will mit diesem Video nur anregen, dass Sie da vielleicht mal darüber nachdenken, ob Sie nicht etwas für Ihren Geldbeutel und gegebenenfalls auch für die Umwelt tun können. Also fragen Sie Ihren Vermieter und installieren Sie gegebenenfalls eine solche PV-Anlage. Sie können damit wirklich Geld sparen. Auch für Rentner sicher eine ganz interessante Angelegenheit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.